Hallihallo Leute und auch ein Hallo an Pnyblex LP und an seine drei Kumpanen, wenn man das so sagen darf. Also hiermit bewerbe ich mich, wie man schon im Titel sieht, für das Minecraft-Projekt Ultimate Last Man Standing. Das hier ist meine Singleplayer-Welt in Minecraft Indef. Also wie man sieht, ich verwende auch die neueste Minecraft-Version, habe noch kein Update ausgelassen. So seit der Indef-Version, da gab es eh noch fast keine Update, so zwei oder drei, könnte ich mal sagen. Und zu meiner Audioqualität kann ich mal sagen, ich glaube, es ist gut genug, hoffe ich mal. Und dann, ja, nochmal danke an Pnyblex, dass er mir ein bisschen geholfen hat, bei meiner Audioqualität, dass er mit dem Equalizer und solche Sachen bei seinem Tutorial alles erklärt hat. Und, ja, dann esse ich mal symbolisch so einen Schnitzel auf meinen Triumph, stoßen wir an mit einem Glas voller Schweinefleisch. So, dann danke fürs Anschauen und vielleicht sehen wir uns ja dann bei Ultimate Last Man Standing oder, naja, bei einem nächsten Let's Play oder Let's Test. Let's explain, was habe ich sonst noch, Let's Adventure und das war's eigentlich. Let's run, das gibt's auch noch. Das ist jetzt mein neues Projekt. So, ähm, ja, also, dann noch einmal danke fürs Anschauen und vielleicht hören wir was voneinander. Und dann, ciao!